Ja, hier steht natürlich noch immer unser Weihnachtsbaum. Ich glaube der steht hier schon drei Jahre. Oder zwei. Keine Ahnung. Weil ich glaube das Dorf habe ich vor zwei Jahren gebaut, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also Dorf, drei Häuser und ein Baum. Okay, okay, okay. Ja, wir könnten ein bisschen für Beleuchtung sorgen, würde ich mal sagen. Hier oben ist es immer so düster, so, keine Ahnung, so trostlos irgendwie. Ja, fail. Ne, ja. Ja, ich denke mal das passt. Weil meine Vorstellung war, äh, hier, vielleicht irgendwie, dass hier unten noch was ist, aber ich weiß noch nicht genau was. Irgendwas will ich hier hinbauen. Da muss ich mir noch Gedanken machen, aber, hm. Ich hatte zwar eine Idee, aber, ja. Ich weiß auch nicht, das hat jetzt nämlich sehr stark was mit dem Berg hier zu tun, aber ich weiß gerade nicht. Ja, wow. Ähm. Ja, doch, der Berg wäre sogar ausreichend groß. Es würde gehen. Ich werde mir das noch überlegen. Ich werde mir das noch überlegen. Ich sage jetzt noch nicht, um was es geht. Nee, ich sage jetzt noch nicht. Es wird auf jeden Fall was mit dem Berg zu tun haben. Vielleicht in der nächsten Aufnahme-Session, die ich mache. Vielleicht nehmen wir das da in Angriff. Mal sehen. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Wir haben ja noch ein paar Folgen Zeit. Aber ja, das Ding möchte ich vielleicht fertig bekommen. Vielleicht, dass es ja am 23. Dezember fertig, also zu dieser Folge, fertig wird. Oder ist. Das wäre gut. Das wäre sehr gut. Wow. Ich bin jetzt auf der Tour stecken geblieben. Geil. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal einfach schlafen. Hm. Ja. Ich bin so müde. Irgendwie. Aber die Fackeln finde ich. Irgendwie finde ich das cool. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das hat was. War ja nicht mal ein Bild dran oder habe ich mir das nur gedacht? Keine Ahnung. Ah ja. Ich weiß noch, wie wir dieses Haus, also diese Erweiterung gebaut haben. Das waren noch Zeiten. Ich weiß, ich sage das glaube ich jedes Jahr. Und nie schaue ich nach. So. Ich muss die kurze Sitzposition ändern. Ähm. Ich glaube, das Haus... Hm. Ich glaube, ich habe das dreimal umgebaut. Also erweitert besser gesagt. Ich glaube, als erstes war hier noch eine Wand. Und das war's. Dann kam das hier dazu. Da war dann hier die Wand. Dann kam glaube ich nur das dazu. Da war hier die Wand. Glaube ich jetzt. Und dann das. Oder kam gleich dieser ganze Raum dazu. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich bin auch zu faul, um nachzusehen. Ja. Die ganzen Tiere, die wir wollten, haben wir auch noch immer nicht. Ja. Egal. Wir werden auf jeden Fall... Ich denke, ich will das machen da oben. Und... Unser Weihnachtsbaum kommt dann denke ich mal... Dieses Jahr irgendwie hier hin. Ich weiß nicht mehr, wo der letztes Jahr stand. Hier irgendwo. Ich habe den anscheinend nicht markiert, weil hier stand der immer. Aber... Da war dieser ganze Platz hier noch kleiner. Mit der alten Kirche und so. Und ich glaube, war hier nicht sogar so ein kleiner Berg? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, hier war so ein kleiner Berg. Hier sieht man eh noch so ein bisschen den Anschluss. Und eigentlich wollte ich mal einen Hafen bauen. Oder haben wir den sogar gebaut? Nee. Nee, den wollte ich bauen. Ja, mal sehen. Vielleicht kommen wir mal dazu. Oder hier eine Höhle? Oder hier eine Höhle? Oder hier eine Höhle? Die wir noch nie erkundeten? Oder doch? Ah, hier geht es zu unserer Lavaquelle? Oder? Nee. Nee, nee, nee. Naja. Habe ich jetzt ein Geheimnis entdeckt? Also ich war hier schon der Siebmann, aber... Geht das in die Schlucht ran? Ah nee, ich mache das jetzt lieber nicht. Ich geh da mal wieder rauf. Ja, das geht auch sehr schnell. Merke ich gerade. So. Ach, hier. Also an dieser Map. Da hängen echt so viele Erinnerungen dran. Ich meine, stell dir das mal vor. Fünf Jahre. Also über fünf Jahre, glaube ich. Oder nee, ich habe, glaube ich, ja, es sind fünf Jahre. Aber ich glaube, ich habe das damals im November gestartet. November 2014, glaube ich. Mit Stefan damals noch, der ein eigenes LP hatte. Dass es, keine Ahnung, fünf Folgen ging oder so. Oder zehn. Nee, ich glaube, zehn waren es gar nicht. Das kann ich mal nachschauen, weil die sind doch immer online. Ich glaube, privat, aber online. Vor allem da hatte ich ja diesen Mod, More Creatures oder wie der hieß, mit diesen Hausen. Hausblock. Ja, Hausblock. So hieß er. Das habe ich nicht vergessen. Hausblock. Oder unterstrich Hausblock. Ach, keine Ahnung, irgendwie so. Er hatte, glaube ich, nen Unterstrich. Naja. Das, ja. Damals war ich auch noch blöd. Also, wie man gerade bemerkt hat, bin ich das noch immer. Also, ja. Und, ja. Dann würde ich sagen, das war es erstmal für diese kurze Aufnahmesession. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Folgen das jetzt waren. Entweder waren das jetzt drei oder zwei. Also, zwei mindestens. Keine Ahnung. Und ich werde mir das halt ansehen. Mit dem, was ich vorhabe. Ja. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht machen wir das auch. Außer mir fällt in der Zeit jetzt noch was Besseres an. Bis zur nächsten Session. Mal sehen. Gut. Dann danke fürs Zusehen. Und, ja. Bis morgen hoffentlich. Ciao Leute.